Ja moin ihr Lieben, heute mal in anderer Form. Willkommen zum Monatsrückblick Juli 2023. Es ist ja so ein bisschen Halbzeit und deswegen doch noch mal ein paar Worte. Der Juli war sehr umfangreich. Keine Sorge, es kommt jetzt wie gewohnt, kommen die Bilder mit Musik. Das ist ja eine Tradition, diese Monatsrückblicke. Das ist eine Auswahl einfach von Bildern, die ich für wertvoll erachte, die mir gefallen und die ich einfach mal wirken lassen will. Das kommt jeden Monat, einfach die Bilder und Musik. Aber dennoch war der Juli ein schöner Monat. Ich freue mich auf die zweite Jahreshälfte und deswegen wollte ich noch mal ein paar persönliche Worte und nicht einfach wie immer abspielen. Heute wahrscheinlich mal ein paar mehr Bilder. Also freue mich wie immer über ein Feedback über die Fotografien aus dem Juli. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.